Hey Leute, willkommen zurück zum Halo 4 Spartan Ops mit Sonny, also Brob, Science Mountain. Alter, jetzt aber hier, machen wir Richard Wissenschaft. Ähm, wahrscheinlich haben wir keine Autos. Oh! Situations-Comic neu definiert. Jetzt mache ich das sonst nicht, aber ich möchte Fahrer sein. Gib mir deine Mund. So, jetzt bin ich Fahrer. Ich möchte nicht, dass man schiebt. Hey, 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 hey. Geh weg, nimm den anderen. Ah, das bist du. Das ist einer von uns. Ja. Okay. Ja, unser Kollege stirbt gleich. Ich nehme mir den Kartuschenflag auf ihn drauf. Wir bräuchten mal Marines, ehrlich gesagt, die das Maschinengewerb bedienen. Weil... Hey, hier wird nicht weggeflogen. Ja, 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 ja. Was ist eigentlich hier? Ich schub's dich an. Du schweißt das. Der Rollteil im Weg. Ach, du Kacke. Ach, da. Das ist das Problem an Fahrzeugmissionen. Jeder kriegt eine Kartuschenflag. Zwei Phantoms oben in der Luft. Eigentlich hätte ich aus dem Fahrzeug aussteigen können müssen, wenn ich... Oh ja, war der falscher Knopf? Wenn ich Fahrer bin, aber das thematisieren wir jetzt nicht, ne? Ach, ich bin in deinem Fahrzeug drin. Kann das sein? Vielleicht. Ja, möchte ich aber gar nicht. Was soll ich denn hier? Aber hier... Es fliegt gehörende, Alter. Das hat ein bisschen was von Takeshis Castle. Mhm. Theoretisch hätte noch ein Phantom da sein sollen. Bestimmt abgehauen. Hä, sagte er. Voller Überzeugung. Nee, 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 nee. Oh, wow. Hallo, lassen Sie das. Okay, der hat irgendwelche Eliten wiederbelebt. War was? Vorhin Blank und hinter dir ist ein... Das ist ein toten Winkel, da komm ich nicht ran. Ja, das ist immer das, ne? Das ist wirklich auch in Wirklichkeit so. Infanterie-Unterstützung für die Panzer. Gut, Munition. Ach, wir könnten ein neues Goblins brauchen. Aber ich kann sie so weit schwächen, dass Crimson sie runterkriegen sollte. Markiere die Schildsteuerung für sie. Kann ich machen. Neuer Panzerinkommen. Oh ja. Jeet! Ich hätte mal gerne einen Fahrer. Gut gemacht. Weiter geht's, Crimson. Markiere jetzt hier. Well done, Joe. Ist immer gut, deinen Panzer durch enge Schluchten zu lenken. Hier hat man richtig viele Ausweichmöglichkeiten. Ah, hi. Vier oder fünf Schüsse. Sechs. Nein, erster hat auf jeden Fall mal nicht getroffen. Ich hätte gerne einen Schützen bei mir drin, wirklich. Einen KI-Schützen. Die treffe viel besser. Es kommen Trümmerteile auf dich geflogen. Toter Winkel. Können die mehr aufhören? Es sind Beobachter nach links gefährden. Ich habe versucht abzuschießen, aber... Ja, bewegen sich bewegen die Ziele. Ich weiß nicht, ob ich hier durch passe. Negativ, Sir. Warum? Ich würde ja schieben, aber ich hänge an irgendwas. Ich steige aus. Das Ding macht eh schon komische Geräusche. Ich glaube, das ist meiner. Jetzt reicht es aber. Steige mal aus, sonst... Ja, ja. Hab schon. Ich hänge halt an irgendeinem Scheißschrottteil. Unnormal. Hallo? Danke. Hallo, hallo? Ich könnte glatt meinen, dass es so konzipiert ist, dass du da mit dem Panzer nicht mehr durchlaust. Müsste sich ja jemandem Gedanken machen. Mann, Mann gegen geschützt. Links hat nichts mehr. Ganz schön fancy abgestiegen auf jeden Fall. Pulling, peng, peng. Jetzt hoffe ich die nicht treffe, oder was? Die da rechts oben waren auf jeden Fall noch... Hm. Ich hoffe, die setzen sich ein Geschütz. Nein, bisher nicht. Oh, haben wir die da hinten? Nein, der steht. Und der Mann. Schatzverkehr. Oh, du Sau. Aber mein Fehler, ich hatte keinen Schild mehr. Schön aus Braunpunkt. Danke. Okay. Was geht ab? Wer hat der Flak? Ja, der hatte Lust, sich an das Geschütze zu setzen. Komm her. Hast du die Flak genommen? Nein. Am Geschütz. Okay. Science Mountain, sage ich nur. Wir beklimmen den Wissenschaftsberg, oder so. Bei mir ist es immer besser. Ich habe nicht so viel, was explodieren kann. Okay. Eigentlich bin ich immer mehr der Sniper. Wuh! Aber für Snipen bin ich hier einfach zu schlecht. Ich bin einfach mal ausgenutzt, dass es keinen Friendly Fire gibt. Ich bin einfach voll drauf gehalten. Okay. ich möchte gerne leben danke war noch mal theoretisch bei ihm ja hat er hat da irgendwie kommen leute um die hoch die eliten vielleicht nicht natürlich nicht natürlich noch in den kurs steigen kommt schon ein großes ziel gold ist tot auch schon ein bisschen gefressen ja okay er legt karabiner sehr schlecht brauchen oder hier ist das spiel aus ich glaube dass eine platte oder eine granate wenn die feier ganz ja nicht gewesen sein der ist noch gut die granaten wurden die vielleicht auch noch experiment gelbe die blauen brauchst du nur einen schuss fliegt los zeug auch für katuschenflag also ich habe jetzt 25 schuss katuschenflag aber mich hat der typ oben auf dem geschütz noch getötet einfach drauf hier bleibt er jetzt hier oder ist sein der bleibt hier granate alter als ob der dichter ist das schlecht wichtigste ist dass der flag wieder da ist wir auch mal eine pistole wenn du eigentlich war ja karabiner auch noch am start ich habe nur eine frage das ist ein goldnamen geschützt wo habe ich jetzt das paket wahrscheinlich noch irgendwo geschützt links dann ist klar warum ich von so schnell gestorben werden ja so viele geschütze erst mal kommt noch verstärkung neue panzer ich habe mich über die scoppels die mitgenommen und allein in der mission sind ein fünf zerschrote Naja zwei. Drei. Achso, du meinst die anderen wären noch einsatzfähig. Also meiner ja. Wir müssen doch mal bergen und reparieren. Genau. Ganz schnell selber rum. Dann sind wir einmal im Kreis gegangen. Falls du noch einen Panzer brauchst. So mache ich Frau Meera am liebsten tot. Ja man. Nächster. Alle in einer Reihe hier vor aufstellen. You don't say. Ich treffe den nicht, ne? Ah. Nett, dass du stehen bleibst. So. 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 Sicher ist aber. So. Wo bleibst du stehen mit da? Lebe ich noch, okay? Du. Nicht. Ich bin gestunnt. Ich bin gestunnt. Ja, ja, ja. Uh, nice. Oh, schön. Ich bin gestunnt. Halt. Ich bin gestunnt. Ich bin gestunnt. Kommt mir zu nah. Kennt du das? Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich? Schade. Du noch lebst. Er hat sich reingestellt. Ich kann doch den Springer einfach immer wieder beleben und ich töte ihn immer wieder, bis ich meine Tausend Hüls habe. Auf jeden Fall ein ähnliches Ziel vorhalten. Also Priorisierung meine ich. Schade. Ich probiere es nochmal. Oh na. Hinter uns. Teleportiert. Nochmal hinter uns. Überwachter. Nochmal hinter uns. Vor uns. Ich komme noch ein bisschen zurück und gucke was das ist. Ghosts. Ich habe es nicht richtig gesehen. Zwei Stück links. Musst du machen. Ich habe Springer vor uns. Ja. Ok. Der eine hat sich hinter uns hilfriert. Den kriege ich. Oder? Ho. Ich habe den seinen Teleport abgebrochen. Ich gucke wieder was hinter uns kommt. Über uns. Ich stehe hier schlecht. Ok. Neben. Oh hi. Nein. Oh der hatte die Waffe. Ja. Ich fahre hier rückwärts. Ich treffe einmal den Schuss nicht. Ist das so. Kann ich mal bitte wenden. Mit den drei Zügen. Bist du bei mir jetzt übrigens Schütze? Jetzt ist mal Schluss hier. Warum ist die Markierung jetzt weg für den letzten? Ich habe jetzt ein Geschütze. Abgehauen. Oh. Ist das auch ganz sicher das Terminal das wir suchen? Schade. Das war aber eine ordentliche Endsequence wenigstens. Mal Ballern. Ich hab's Horseys letzter Transfer gegen in die Gegend die die Spartans Lockup nennen. Also sollen wir... Ich brauche mal einen hier. Ja das wäre echt cool. Thornton ich schicke Ihnen die Koordinaten wo Crimson hin soll. Crimson bereit machen. Wir sind auf der Zielgeraden. Wohoi. Ja wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.